moin freunde was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem youtube kanal und wir sind in der woche angekommen wo am samstag das top spiel der erst gegen zwei platzierten stattfindet bayern gegen leverkusen ich habe richtig bock und ich hoffe ihr habt auch bock auf die kickbase woche und ich würde sagen wir starten erstmal rein mit meinem team wie immer wie lief es am wochenende ich werde es euch ganz kurz und knackig zeigen für mich lief es in ordnung ja sechster platz muss ich ehrlich sagen das ist nicht ganz mein anspruch aber gut wir werden das gleich aufarbeiten und dann würde ich sagen die kaufempfehlungen folgen darauf wenn es euch gefällt lasst wie immer gerne like da und ja wir schauen jetzt mal direkt rein bei mir ich habe nicht aufgestellt und damit erstmal anzufangen osterhage mir war das spiel gegen augsburg einfach zu heikel muss ich ehrlich sagen ja erst ein ultra konstanter punkter also das kann man echt sagen ich finde die punkte von osterhage sind wirklich sehr solide wenn man sich das mal anschaut als bochum achter wirklich im mittelfeld ja nur einmal wirklich schlechte punkte gegen leverkusen gemacht ansonsten immer zufrieden gewesen auch beim 1-3 war ich zufrieden gegen dortmund hat mir echt gut gefallen diesmal habe ich nicht vertraut aber wieder 100 punkte richtig gut keins war auch in ordnung habe ich tatsächlich so gar nicht mit gerechnet deswegen habe ich den auch nicht aufgestellt thomas müller ist glücklicherweise in der startelf gewesen hat dann 159 punkte gemacht das hat mir sehr gut gefallen dementsprechend auf jeden fall ja hatte das tor vorbereitet hat beim zweiten tor den torwart gestört hat also ein gutes spiel gemacht von daher alles richtig gemacht friedel unfassbar gut gewesen der macht das jetzt schon seit wochen gut also das ist so ein kleiner geheimtipp für alle die jetzt nicht bei den kaufe empfehlungen später ja vielleicht nur die kaufe empfehlungen schauen hier friedel auf jeden fall bei den nächsten match ups kann ich euch auch nur empfehlen richtig richtig nice und ja auch nicht wirklich teuer für guten hinverteidiger momentan kevin müller jetzt schon mit dem zweiten guten spiel in folge was mich natürlich sehr freut zu null ich muss sagen ich habe mir das spiel auch angeguckt und finde nicht dass das wirklich ein sonderlich guter bundesliga torwart ist ich finde ihn sehr unsicher und dementsprechend bin ich froh wenn er keine fehler macht und einfach seine punkte irgendwie bringt attakan karasor werden wir gleich auch noch darauf eingehen mit einem soliden punkteschnitt hier wieder hat sehr gut gemacht bin ich zufrieden mit jetzt kommen wir noch zu grifo wo ich auch mit zufrieden bin mit einer vorlage beim 1-3 auf füllguck ist noch in ordnung aber dann fängt es hier gleich wieder an abzufallen vor allem bei weghorst der ja in wolfsburg gespielt hat na gut 65 punkte kann man auch in ordnung reden aber boe hat mir gar nicht gefallen dass er natürlich nicht gestartet das habe ich nicht mit gerechnet vor allem dass masraoui nach so kurzer rückkehr dann wieder startet naja ist vielleicht gerechtfertigt weil masraoui die teamkollegen schon mehr kennt ich hoffe für lange sicht dass boe auf jeden fall da am start ist und dann ja den sozusagen den erstmal verdrängt vielleicht auch auf die links verteidiger position davis fällt ja aus werden wir gleich darüber sprechen für die die es nicht mitbekommen haben ich habe den boe kauf auf instagram gepostet ich habe einen ordentlichen overpay da gelassen dementsprechend hoffe ich jetzt auch dass der man spielt und ja das enttäuschendste war für mich wahrscheinlich der schick nicht gespielt hat ich muss sagen ich habe es unter der woche dann noch irgendwann abgesehen habe es euch auf instagram weitergegeben ich kann mir gut vorstellen dass iglesias da spielt es ist dann auch so eingetreten und ich würde mir dabei als schick besitzer und dementsprechend als ich selber jetzt auch nicht wirklich sorgen machen das lag jetzt wirklich an dieser doppelbelastung das war das schwächste spiel quasi gegen darmstadt also das einfachste man konnte schick jetzt nicht in der woche alle spiele machen lassen und ja ich finde es in ordnung muss ich sagen man spielt jetzt im pokal ich denke mal dass es wichtiger als ein spiel in darmstadt ich meine in darmstadt gewinnt man wahrscheinlich eher und dann kommt noch münchen ja ich denke da wird schick beide spiele machen jetzt unter der woche und dementsprechend ist es für mich in ordnung ja im wene noch mit einer niederlage ja das ist dann halt so das ding wenn man zwei spieler die gegeneinander spielen friedl hat es dafür ganz gut gemacht und ja auf die nicht aufgestellten spieler sind wir bereits eingegangen von daher ich bin zufrieden gesamt tabellarisch war das jetzt nicht ein sonderlich guter spieltag nichtsdestotrotz bin ich weiterhin auf meinem vierten platz ich denke mal da wird auch nicht mehr viel passieren um ehrlich zu sein aber wir schauen uns kurz die punkte von maximizer an der den spielder gewonnen hat mit und darf kane und natürlich shashko natürlich ein brutaler dreiersturm für dieses wochenende gewesen kann man nicht gegenmeckern und ja ansonsten hier auch noch einige tore gefallen die uns betroffen haben und von daher würde ich sagen wir schauen uns das ganze jetzt nochmal in den kaufempfehlungen gleich an und gehen dafür rein in die championship so angekommen in der championship dürft ihr natürlich nicht vergessen dass die preise hier immer nicht ganz aktuell sind nichtsdestotrotz gehen wir rein mit peter gulaschi der mittlerweile schon etwas mehr wert sein sollte hat gespielt hat zu null gespielt und wird weiter in einem tor sein dementsprechend und gerade weil das so klar kommuniziert worden ist von rose auf jeden fall eine kaufempfehlung solltet ihr unbedingt zuschlagen ich würde fast alle torhüter ja die ungefähr ihren weiß ich nicht bis auf rönneau der sehe ich jetzt noch eine upside aber schuhen müller es gibt viele torhüter die ich da tauschen würde ja gulaschi für einige von euch denke ich mal wirklich interessant von daher auf jeden fall zu recht hier drin wir schauen mal kurz rein in das torhüter in das gesamtgebilde hier wie viele punkte die torhüter haben und wen ich tauschen würde also zum beispiel wenn ihr schwebebesitzer seid ich hätte lieber einen gulaschi schuhenbesitzer ich hätte lieber einen gulaschi auch bei trapp ich glaube ich würde das geld immer lieber anders investieren bei diesen ganzen torhütern die ihr hier seht es gibt also wirklich wenige torhüter wo ich sage das lohnt sich nicht auch in kastil es lohnt sich meiner Meinung nach komplett auszutauschen gegen den Mann etc punktet katastrophal also für viele von euch sollte das wirklich noch ein guter ja ein guter moment sein jetzt gerade sich den torhüter zu wechseln weil ich gulaschi wirklich als guten torhüter sehe wir sehen uns das mal auch in der letzten Saison an ja das war eigentlich immer einer der einen soliden Schnitt gefahren hat und ich kann mir vorstellen dass leipzig auch im nächsten spiel gegen augsburg wieder die null hält das soll aber ein anderes thema sein danach spielt man dann auch noch wie wir jetzt hier sehen können gegen gladbach und bayern wo man auch noch was aufs tor bekommt ich denke mal der mann ist eine gute wahl wir haben viele rote karten bekommen am wochenende unter anderem zwei stück bei frankfurt ja da wird in kunko ausfallen und tuta die frankfurter defensiv ist damit komplett umgekrempelt eigentlich ich kann mir vorstellen dass man diese woche dann wirklich eine viererkette mit buta und max spielt anders kann ich mir fast nicht mehr erklären man hat jetzt noch robin koch und pacho die sollten in der innenverteidigung auflaufen smolchitz war auch überhaupt nicht überzeugend aber selbst wenn man ja diese dreierkette mit smolchitz spielt den ich ja jetzt nicht sonderlich gut fand ich muss sagen ich bin auch selber in einer liga aufgestellt dann selbst wenn man das macht dann könnte man mit max auf jeden fall über links spielen das ist denke ich mal relativ sicher und buta auch über rechts von daher ich würde beide kaufen momentan vor allem weil das matchup in ordnung ist gegen bochum zu hause sollte eigentlich was gehen könnte man natürlich meinen man weiß es im endeffekt immer erst wieder bei frankfurt wenn es soweit ist aber ich würde sagen für wenig geld sind das schlaue käufe momentan wir kommen zu zwei afrika cup rückkehrern itakura und ito ito habe ich jetzt zuerst eingepackt itakura folgt itakura finde ich sehr spannend hat jetzt durchgespielt und spielt gegen hat jetzt durchgespielt mit japan glaube ich so wie ich es gesehen habe hat zwar ein elber verschuldet aber egal und spielt jetzt gegen darmstadt ich könnte mir vorstellen dass der direkt mal gesetzt ist in der inverteidigung weil wer weiß ob wöber schon wieder fit ist der fällt ja auch seit ewigkeiten aus da bin ich auch wirklich gebrochen mit dem mann also das nervt mich total ich habe den auch in einer liga seit gefühlt fünf spieltagen und der kommt nicht mehr wieder ins training das nervt mich richtig krass aber ist egal ich denke itakura wird spielen wird zurückkommen und dementsprechend für fünf millionen absoluter stream momentan dasselbe gilt eigentlich für ito der sollte meiner meinung nach auf jeden fall auch spielen ja bei roald hat man jetzt gesehen dass er einen nasenbeinbruch irgendwie hat da weiß ich jetzt nicht inwiefern der mit schiene spielen kann ich gehe davon aus dass ito zu 100 prozent den linken inverteidiger spielen wird ich könnte mir vorstellen dass der diesen stergio oder wie der auch immer heißt am wochenende ihr wisst wen ich meine ich zeige euch den kollegen kurz dass er den ersetzt hier der hat zwar durchgespielt war aber nicht sonderlich berauschend ich kann mir vorstellen dass da auf jeden fall dann ito in die dreierkette reinkommt und die letzte position die wir hier noch haben ist maserawi zum einen könnte ich natürlich jetzt rafa guerreo empfehlen er wird jetzt auf jeden fall spielen in den nächsten spielen weil davis ausfällt aber auch maserawi ist interessant nicht nur weil er boy jetzt im ersten spiel direkt verdrängt hat sondern auch weil er natürlich eine alternative auch für die linke seite wäre im notfall und ja das hängt auch ein bisschen davon ab wird kimmich fit im mittelfeld ist man eigentlich gut besetzt mit pavlovic also pavlovic goreczka ist eigentlich eine relativ gute kombo und dementsprechend sollte guerrero über links spielen ich sehe maserawi rechts vorne maserawi kann aber auch links spielen wenn rafa ins mittelfeld geht ich denke mal bei bayern hat man momentan mehr möglichkeiten noch auf spiele aufzuspringen als man es je hatte also da ist viel rotation möglich ich denke mal pavlovic maserawi boi sind in den meisten liegen von euch auf jeden fall schon vergeben ich wollte aber auf jeden fall maserawi hier mit reinnehmen weil ich ihn irgendwie sehr interessant finde und ich auch denke dass ja so leute wie ich die jetzt auf boi aufgesprungen sind tatsächlich sehr sehr enttäuscht werden könnten weil maserawi jetzt einfach da dem mann den rang abläuft aber wir werden das denke ich mal sehen und interessant ist der mann allemal der nächste spieler den wir hier drin haben ist nadiem amiri und das liegt einfach daran dass der mann 150 rohpunkte gemacht hat in oder 141 waren es da mit der niederlage in dem spiel wo man sehr sehr gut sehr sehr viel ballbesitz hatte eigentlich komplett überlegen war aber am ende verloren hat das heißt war eigentlich ein gutes spiel für die rohpunkte verloren haben sie trotzdem ich sehe aber in den nächsten drei spielen auf jeden fall wieder das potenzial natürlich union darf man nicht vergessen ist unter der woche aber dann spielt man am wochenende ja gegen stuttgart wo man dann weiß die haben auch unter der woche ein anstrengendes spiel gehabt wer weiß wie lange die da spielen müssen im pokal und danach spielt man gegen augsburg was ich auch sehr interessant finde also amiri für mich momentan liegt der glaube ich schon bei 5 millionen ist auf jeden fall eine absolute kaufempfehlung da kann man auch gut und gerne mal jetzt irgendwie 8 9 10 millionen drauf bieten und ja ich denke der wird auf jeden fall steigen und sich lohnen der nächste spieler den wir haben ist mohammed dahoud oder mo dahoud ja ich würde auf jeden fall damit rechnen dass der mann auf jeden fall in den nächsten beziehungsweise ja auf jeden fall wird der mann spielzeit bekommen ich kann mir das ganze so erklären dass man entweder atakan karazor auch in die in verteidigung zieht weil er das spielen kann da wäre ich mir nicht ganz so sicher aber man spielt ja auf jeden fall diese woche im pokal zu 100 prozent wird die top elf spielen im pokal und dann kann ich mir sehr gut vorstellen dass der hut auf jeden fall am wochenende rein rotiert und das liegt nicht nur daran dass man eben dann ja gegen main spielt sondern also mainz ist ja auch nicht sonderlich gut in form sondern eben dass man diese pokal rotation hat und der hut hat es jetzt schon gut gemacht was die kickbase punkte auf jeden fall angeht und deswegen kann ich mir vorstellen dass der auf jeden fall eine interessante aktie für dieses wochenende wird dementsprechend ist das für mich auf jeden fall eine kaufe empfehlung wo ich sage da müsst ihr auf jeden fall zuschlagen und einen weiteren afrika cup rückkehrer da haben wir girassi der wird von den meisten leuten wahrscheinlich gehalten worden sein ähm ja da dürft ihr euch auch drauf freuen er hat jetzt drei sehr geile matchups vor sich würde ich auf jeden fall wieder anfangen direkt aufzustellen das war es dann auch mit den stuttgartern die hier drin sind wir haben noch einen bremer marvin duksch liegt einfach daran stellvertretend dafür dass bremen einfach momentan gut in form ist und man drei sehr sehr geile matchups hat man spielt gegen heidenheim gegen köln und gegen darmstadt also leute auf bremer zu gehen lohnt sich unfassbar ich habe eben schon marco friedel angesprochen aber auch vielleicht mit je weiser wenn der wieder fit ist ähm ja marvin duksch die können sich alle lohnen in den nächsten wochen auch für die challenges ich würde auf jeden fall ähm bremer momentan als top lückenfüller beschreiben und dementsprechend solltet ihr euch auf jeden fall auch duksch holen ähm ich habe ihn in einer liga leider verpasst aber das soll hier nicht im mittelpunkt stehen wer letzte stürmer ist auf jeden fall benjamin seschko warum jetzt ausgerechnet seschko ähm ich finde das spiel war jetzt bezeichnet man hat dreimal verloren in folge und seschko hat trotzdem gestartet und durchgespielt ich persönlich habe immer gedacht okay seschko das wird jetzt für dieses wochenende gar nichts ähm der wird 100% rausgehen der stimme äh der wird was verändern der will jetzt wieder auf die sicheren Leute setzen setzt hinten auf Orban auf Gulashi der wird vorne auch 100%ig auf den erfahrenen Paulsen setzen aber Pustekuchen er hat seschko spielen lassen hat ihn durchspielen lassen er hat nach dem Spiel auf der PK gesagt dass seschko es momentan sehr gut macht dass er super mit Openda harmoniert und wirklich seschko momentan für das Geld auf jeden Fall eine Kaufempfehlung ich denke der wird die nächsten Spiele auch starten und wenn der so weitermacht ich fand auch im Spiel er hat ein Abseits-Tor noch gemacht ist der gut integriert mittlerweile ähm ich muss sagen ich finde dass er jetzt nicht wirklich ähm er wirkt jetzt nicht wirklich so als würde er sich sonderlich geil mit seinen Teamkollegen verstehen also irgendwie wenn ein Tor fällt ist seschko immer so der Einzige der nicht komplett austickt also man hat irgendwie das Gefühl so ein bisschen ist der schon ein bisschen egoistisch so das meine ich jetzt nicht böse so ist ja auch ganz gut wenn man fokussiert ist auf seine eigenen Leistungen aber irgendwie habe ich immer das Gefühl bei seschko der will auf jeden Fall sein Tor machen ähm für die Manager vielleicht ganz geil äh wenn es dann irgendwann mal nicht klappt ähm ist er vielleicht auch wieder schnell raus aus der Mannschaft das weiß ich jetzt nicht aber ähm an sich finde ich seschko momentan sehr interessant dementsprechend ist er hier auf jeden Fall drin die Situation bei Leipzig wird sich denke ich mal so äh gestalten dass man wieder mit derselben Elf eigentlich aufläuft man hat Simakhan zurück da kann man sich natürlich noch entscheiden den Mann aufzustellen aber ansonsten kommt auch äh Haidara zurück Haidara packen wir hier auf jeden Fall auch rein der sollte vom Afrika-Gap jetzt wiederkommen ist auf jeden Fall auch eine interessante Aktie für 6 Millionen kann man da auf jeden Fall reingehen ähm ja würde ich auf jeden Fall auch euch empfehlen ähm ansonsten wollte ich noch kurz über Leverkusen sprechen ähm liegt einfach daran ähm man hat mit dieser Mannschaft jetzt hier gespielt ähm ich hab schon gesagt Iglesia wird meiner Meinung nach nicht nochmal spielen am Wochenende ich denke ähm man könnte vielleicht Wirtz im Pokal schon oder man spielt Wirtz wirklich dreimal was ich verwundernswert fände weil er ja unter der Woche auch angeschlagen war ähm Hofmannbesitzer keine Sorgen machen wird spielen Teller super performt ich denke aber Frimpong wird zu 99% wieder spielen ähm das Einzige was sich für mich so ein bisschen ähm ja was sich so ein bisschen ergeben könnte ist dass Palacios es zurückschafft wovon ich nicht ausgehe also auch Andrich wird gegen Bayern spielen und äh die Dreierkette ich kann mir gut vorstellen dass Tabsoba beide Spiele macht also Pokal und das Bayern Spiel also beide Spiele startet ähm ich sehe auch Tabsoba zu 100% vorne also ich denke nicht dass irgendwie Hincapi oder Stani sich da spielen werden ähm Normalfall hat Tabsoba immer links gespielt Kusuno rechts ich denke man wird jetzt ähm in einem Spiel ähm Tabsoba vielleicht in der Mitz spielen lassen und Hincapi links und Tar rechts ähm aber ich kann mir vorstellen dass man wirklich jetzt ähm in den zwei Spielen einmal Stanisic auf die Bank setzt und einmal Hincapi also im bewährten System sollte man wahrscheinlich und das ist denke ich mal fürs Wochenende wieder Tabsoba links spielen lassen Tal in der Mitte und dann kann ich mir wirklich vorstellen dass man gegen Bayern Stanisic recht spielt das liegt einfach daran weil das System so eingespielt ist ähm wir werden das sehen wir werden sehen wer im Pokal spielt aber wenn meiner Meinung also wenn Hincapi im Pokal spielt und äh Stanisic sitzen würde wäre das für mich kein Zeichen dass das am Wochenende nicht andersrum ist also ich kann mir wirklich vorstellen dass man im Bayern spielt dass es das wichtigste Spiel ist ähm das Pokalspiel ist auch unfassbar wichtig aber ich glaube da braucht man auf jeden Fall ähm die angestammte Verteidigung und ähm kann nur meine Meinung sein aber ich denke Hincapi und Stanisic werden nicht alle drei Spiele machen ich denke Tabsoba wird jetzt beide Spiele machen und Stanisic und Hincapi werden sich abwechseln Thar sollte auch beide Spiele machen und ähm ja das ist auf jeden Fall meine Meinung zur Leverkusen Thematik schreibt mir gerne die Kommentare wie ihr das seht ich denke die Aufstellung Pokal muss man auf jeden Fall abwarten aber wenn dort ähm ja wenn dort Stanisic auf der Bank sitzt würde ich mir nicht ähm sicher sein dass der nicht am Wochenende doch noch spielt dementsprechend ja da auf jeden Fall wahrsam sein und dann war es das auch für das Video macht's gut haut rein und ciao ciao hop hop Vielen Dank.